Wir haben Post bekommen, also wurde unter der Tür durchgeschoben, deswegen wissen wir das jetzt schon. Das mit dem Schmiedeofen funktioniert wohl nicht. Wir haben auch richtige Post bekommen. Mit dem besseren Schmiedeofen und dem Stahl funktioniert wohl nicht, weil wir noch nicht an das Eisen rankommen. Weil wir noch nicht zu der richtigen Mine können, wo es das Eisen gibt. Das müsst ihr nochmal testen, weil ich dachte, wir hätten hier drin noch eine, wo wir rein können, aber das ist wohl nur zum Töten und so. Und dass wir stattdessen das Eisen bekommen sollen, wirklich aus dem Eisenschrott. Das heißt, wir brauchen jetzt doch den besseren Wiederverwerter, den ich jetzt zuerst nicht bauen wollte, weil ich dachte, ach, wir holen einfach den Schmiedeofen, da geht das schon. Nein. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis der Schmiedeofen fertig geforscht ist und danach dann den Wiederverwerter erforschen. Wir haben jetzt also mehrere Tage, wo wir nicht wirklich viel machen können in Richtung Stahlproduktion. Was schade ist, aber hey. Ash. Oh, wirklich? Du kämpfst jetzt? Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass du nur in die verlassenen Ruinen gehst. Vielleicht habe ich das nur gehofft und es nie laut ausgesprochen. Wenn du schon kämpfst, kannst du dann wenigstens immer jemanden von der Ziviltruppe mitnehmen. Kämpfe nicht alleine gegen etwas, das größer als eine Rummeise ist, okay? Hat schon wesentlich größere Sachen. Und nimm dich vor diesen kleinen Kerlchen in Acht. Ich habe gehört, dass sie in Rudel unterwegs sind und sie beißen. Ihr Honig ist es nicht wert. Wirklich. Okay. Wir werden trotzdem alles jagen. Wir werden dir noch nichts mehr davon sagen. So. Die Sachen brauchen wir, glaube ich, noch ein bisschen. Was haben wir denn schönes an Missionen? Also. Hier fehlt nur noch die äquatoriale Montierung Teil 2. Die Sachen wachsen. Die Sachen brauchen Stahl. Äh, das Ding brauchte auch irgendwas, was wir, glaube ich, nicht machen konnten. Die Sandmauer geht in fünf Bronze Stäben. Und das brauche ich noch schleifen. Also das geht auch nicht. Also ja, nur die Sandmauer geht jetzt unten halt die Dailies, ne? Bronzestange. Mach mal. Holen wir noch fix die Dailies. Wir brauchten auch wieder Wasser, oder? Ich glaube, das ist gerade knapp geworden. Können wir mal schauen, ob ein guter Einkaufstag heute ist. Aber es ist knapp. Wir müssen uns dran halten. Ah, nee, heute ist kein guter Einkaufstag. So, was nehmen wir denn? Hartholz-Dealien klingt nicht schlecht. Bronzestab 63 Punkte. Und fünf Tage Zeit. Gummischläuche würde ich ungerne machen, weil wir kriegen das nicht so wirklich häufig und regelmäßig. Eine Suppe weiß ich noch nicht, wie ich die herstelle. Und hier drüben sind nur wieder Sachen, die wir... Teeblätter. Zehn Tage. Ja, komm, was kriegen wir hin. Also Teeblätter. Und die Bronzestäbe. Und sonst können wir nix richtig. Keine. Bumm. Dann einmal rüber auf die andere Seite. Oh, was ist los? Jetzt wieder in der Rede. Hey, schöne Frisur. Du siehst super funky frisch aus. Lichttastisch. Mega. So, es wurde angemerkt, dass ich beim Friseur das wohl doch nicht gemacht hätte. Also abgebrochen habe. Ich dachte eigentlich... Doch, das wurde aktiviert. Das sieht man unter dem Hut noch nicht wirklich. Aber da war das mal so rum. Sehr gut. Ja, das Teeblätterproblem kennen wir. Kommt mit. Also Wasser nicht kaufen. Wie schaut es geldmäßig bei uns aus? Nicht besonders gut. Okay, das erledigt sich dann doch auch. Ich hatte mir überlegt, dass wir vielleicht kurz ein bisschen shoppen gehen. Also gucken, was es so an bessere Ausrüstung gibt. Was man auch so fürs Haus kaufen könnte. Aber nee, das ist so zu eng. Oh, aber echt Wasser. Können wir schon Wasser herstellen, richtig? Aus dem Tau. Äh, Wasser. Anpassen. Alles. Oh. Aufstufenbrauch, Aluminium, Legierung, Filterkerne, Upgrade-Kids und... Nee, 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 nee. Das wollen wir nicht. Na, Eisenerz. Das ist schon cool. Was liegt da auf dem Boden? Ich sehe da was funkeln. Achso, das ist nur sein Recycler-Kram. Äh, dann hätten wir gerne Steinshot. Und ich suche jetzt mal den Dungeon, den ich da meinte. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon. Aber jetzt haben wir Zeit. Mit keinem von denen müssen wir schnacken, ne? Nee. Oh, wir können auch... Ich wollte gerade sagen, zur Ziviltruppe gehen. Aber... Die waren schweineteuer. Ja. Und ein Fisch. Ja. Okay. Tschüss. Hey, Kleiner. Fleisch. Wir haben keine Knochen. Das wird wahrscheinlich schon wegsortiert, ne? Also meine Hunde mochten immer Kartoffeln, auch wenn das nicht gut für Hunde war. Oh, die haben sich gemobst. Ah. Ja. Ich... Kann dir... ...ne Tomate geben? Nimmst alles, ne? Ist okay. Wir haben Dienstle also noch keine neue Werbung. Oh, Teeblätter. So, warte. Wir sollten... Das ist doch ziemlich teuer. Ein Teeblatt noch. Und das geben wir... Wer ist das gewesen? Jan? Nein. Ach, die Lady. Lady. Bibi. Nein, ich... Ich will mit ihr schnacken, nicht ihre Sache angucken. Hello. So, 563. Ich glaube, wir haben gerade... Kein Plus gemacht, aber auch kein Minus. Dafür gab es Ruf und sie mag uns mehr. Und... Und... Ja. Das wäre okay. Wo war die jetzt eigentlich hin? Ja, Ziviltruppe war zu teuer. Den Dungeon suchen. Der ist doch neben der Ziviltruppe gewesen hier, richtig? The Breach. Da stehen schon welche. Ich glaube, du magst, ja. Ich glaube, du magst es traumatisch. Ich weiß, das ist rhetorisch, aber wahrscheinlich meine Dissertation. Wenn wird die Breach wieder öffnet werden. Wenn wird die Breach wieder öffnet werden? Ich würde gerne mal mehr Reliken suchen. Ich glaube, du magst die Breach wieder öffnen. Hä? Also ja, es gab wieder ein Patch. Äh. Und beim letzten Patch haben sie recht viele Stimmen geändert. Und ein paar Charaktere so ein bisschen angepasst. Aber sie arbeitet an einer Doktorarbeit? Sie war doch so ein bisschen das... Das normale 0815 Blondchen bisher, die nicht mal kochen konnte und in einem Restaurant arbeitet. Jetzt hat sie eine Doktorarbeit? Interessant. Okay. Also Punkt 1, sie wird sie auf jeden Fall reinschleichen. Und Punkt 2, das ist Exposition, damit der Spieler mit reinschleicht. Ich muss auch erkennen, dass die Breach schon seit ein paar Zeit lang war. Normalerweise hätte ich erwartet, dass du, Core-Type, das bereits behandelt haben. Herr, wenn ich mich gefragt habe, ist der Stress zu dir gekommen? Ist auch viel eloquenter als vorher. Hey, come on, give us a break. We've been up to our eyeballs in Giglas. Plus there's Logan. Uh, yeah. It is getting to be a little rough out here. As a matter of fact. Glad somebody noticed. Oh, poor Justice. Why don't you just take a day off? What you need is some rest. Then you'll have your edge back. I mean, at the very least. Surely you don't need to literally stand in front of the Breach. We all know not to go in. Yeah, maybe I could just head back to the office, pour a big old glass of Yakmail milk, kick up my heels and... Hey, wait a sec. Dang, how come every time I talk to you I end up with a headache? Look, Grace, I'm not kidding around. I take the safety of everybody in this town seriously. If something happened to you down there, I'd never forgive myself. Talk to me again when your fighting chops are up to snuff. Like, say, Builders here. Yeah. Hmm, right, right. How about this then? If I were to commission the Builder to enter the ruins on my behalf, you'd have no objections to that, would you, Sheriff? Alles, was ich tue, ist tauchen? Ist das ein Zuspruch? Oh, uh, well, no. Well, I guess that'd all be printed by the book in my book. I reckon it's on the two of you to work something out. I gotta keep patrolling. But I'm gonna have my eye on you. Maybe just adjust your stroll path to be a little less hair-raising, all right? Y'all are gonna be the death of me. Well, you heard the man. Looks like I don't need to sneak into the breach if I can recruit your help. The things I need are relatively simple. But I think I'd feel better if someone with an eye more discerning than that of a soldier's went in to look. So? Claro. Great. A bit of context. I'm an archeology student in Atara, saving up to finish my degree. When I have time, I try to do fieldwork that I hope will be beneficial for when I go back. You've been to the breach, right? Did you manage to pick up on what that place used to be? You know, back in the old world. Ah, yes. That soul-crushing monotony that subs your life energy to the point where you can't break out of doing exactly the same thing every single day for years while you make money for someone else. Can you believe people used to do that? Yep, dann haben sie einfach Videos zu machen. When it was open, the breach was a great place to look for archeological finds and, uh, right, you know the story. Wir hätten schon seit 10 Minuten da drin sein können, ne? Also, nur so. One of my main focuses is old world audiovisual media. From salvaged memos and effects, I've discovered a concept discussed among old world drones known as Huke. I've surmised this term to mean listening to music at work. Huke? Suchen wir echt nach YouTube-Videos und sie will nur ein bisschen binge-watchen? Musik hören bei der Arbeit. So, next time you're in the breach, just be on the lookout for old world music-related media. Anything that seems vaguely relevant. Disks, posters, also, I need some small chips from down there, too. For reasons... Willst du ne Boombox bauen, oder? Thanks again for agreeing to do this. I guess, with you and the picture, everyone's lives are being made a little easier. Come find me when you've got some old world music-stuff. And don't forget those small chips either, please. Ich dachte, sie kommt jetzt mit und hilft, oder so? Nö. Okay. Oh, okay. Ausdauerkosten der Ebene, 120. Braucht vier Stunden Zeit. Und irgendwelche Dinge passieren hier, wenn man irgendwelche Dinge tut. Go. Noch ein Grund mehr, Haus auszubauen, gutes Essen zu essen. Wegen dem Ausdauerverbrauch, ja. So, piu-piu. Ähm. Wir sollten genug Heilkram haben, oder? Also bisher war es nie wirklich ein Faktor. Lass mal da rein. Multi-embryonale Korrektur-Einrichtung. Kritischer Schaden, plus 50%. Das ist so ein Random-Buff. Zeit ist wahrscheinlich... Oh, das ist ein Timer, der runterläuft. Kick. Ähm. Okay, 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 okay. Hey, Wally. Der war neu. 500 Punkte haben wir aktuell, ist das kein gutes Ranking. Vier Minuten noch Zeit. Ich brauche mehr Money. Bam. Oh, gehst du. Hier hat nur blaue Siegel diesmal. Ist das was Besseres? Giri-Gi-Gi-Gi-Gi-Bomb. Bäm. 33. Sollte nicht extra Sachen kaputt machen, sondern eher dabei bleiben, möglichst viele Punkte zu bekommen. Ich denke, das Ranking ist wichtiger als ein, zwei Energiekerne, die wir aus Christen bekommen. Eben, zwei, neun Minuten. Äh, kann ich hier auch Money kaufen? Money kaufen? Warte, da. Man kann Patronen kaufen, aber nur mit Abzeichen. Die Abzeichen habe ich gerade nicht. Das sieht echt cool aus bisher. 1.900 Punkte für B-Ranking. Wir haben uns eine neue Zeit erkauft. Das ist mal aufräumen. Da nach Kisten suchen. Da, Kiste. Das sind Chips. Einfache Schaltkreise. Nee. Die Sachen zerlegen bringt alte Teile. Das gibt ich auch. Das können wir in anderen machen. Nix, nix. Vielleicht haben wir ein R-Ranking. Gibt es noch ein S-Ranking? Oh, das ist R-Ranking. Und noch sieben Minuten. Boss-Pfeife. Da oben ist eine Kiste drauf. Gold. Wunsch. Ah, nee. So ein Segenanhänger. Ja. Äh. Runter. Keine weiteren Versuche. Überwichtbar ist okay. Fast Bosse. Oh. Kill. Run, ma-one. Kinoot. Kinoot. Offste. Nice. Pico-Kon. 47, alles gut. Ja, also es scheint wirklich nur PvE zu sein. Hier werden wir kein Eisen bekommen. Schade. Aber hey, Ruinentokens, Superranking. Das ist jetzt die Belohnung für den Run. Ja, Motor, Runes, Tokens und Metallspulen. Rekord ist 3600 im S-Ranking. Sind jetzt auch vier Stunden vergangen. Also es könnte eventuell schon Abend sein oder später Nachmittag. Nachmittag, ja. Ausdauer ist okay, da haben wir genug. Also man könnte das ruhig mehrmals am Tag machen. Was gut ist für die Motoren. Und wir wollten auch Grace Bescheid sagen, ja. Alle Leute haben ja neue Quests. Äh, hast du ein bisschen in Küche? Ah-ha! What's all this then? Hmm. Slight damage around the edges. Bit of fading. But you can make out the font pretty clearly. Admiral Salt, something, something. No thanks, computer. Probably from around 250 before Peach, if I had to guess. Would probably score a preservation rating of at least a B back with the professors. Nice find. And good timing, too. My latest essay topic was just approved. Old World Utilization Theory. A case study on Sandrocks, the breach. Mouthful that it is. My essay titles are actually more concise than most. Anyway, this helps me build my case around my hooky hypothesis. So thanks again. Also meine Momentan Theorie ist, sie wurde geklont. Von der Außerirdischen. Und die wussten nicht, wer sie vorher war. Und sie haben sie jetzt so neu gebaut. Wasn't too much trouble, I hope. Dangerous? You appear to be in one piece at least. Äh, nicht so schlimm, was jetzt mal gehst du? Ne, ich hab's geschafft. Oh ja? Make sure you train if you're going to keep diving like this, though. Follow through with your strikes. Use all your weight to attack. Don't forget to exercise your core. Just some tips I saw in ruined divers seasonally. Well, in any case, you've been a lot of help. If hypothetically I'd gone into the breach myself, I wouldn't have had all this time to get a jumpstart on my essay. Oh, speaking of which, I'll let you know how that goes. Thanks again. Jo, bitte, bitte. Aber kriegen wir noch Gold? 104. Oh, und Schuhe. Schuhe. Ja, sind besser. Zack. Dann raus. Da jetzt ja vier Stunden vergangen sind, sollten auch die Bronzestäbe fertig sein, richtig? Also die Öfen sind jetzt ja vier Stunden lang gelaufen. Schaut gut aus. Heidi ist, wie jeden Tag am Arbeiten, sehr lüblich. Ne, nicht hier rum. Da lang. Die Forschung ist bis morgen, glaube ich, fertig. Das heißt, morgen können wir dann den besseren Wiederverwirter anschmeißen. Das wird's tun. Jetzt habe ich alles, was ich brauche, um die Sandwälde zu machen. Sie und ich sind am Anfang der Liste. Und wie gesagt, Sie zwei bekommen die Hockups für... einen schönen Preis. Geh einfach mal in mein Katalog bei der Konstruktion Junction, wenn Sie eine Minute haben, um den Prozess zu beginnen. Sie ist auf der Seite, die Sandwälde. Okay. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, erkauft durch Ressourcen, die Sandwand später kaufen zu dürfen. Gold. Das ist sehr lieb von Heidi. Ja, gülli. Wir haben noch gut was an Ausdauer. Ich denke, ich werde dann jetzt in die Mini gehen und da wieder Kupfer und Zinn klopfen. Aber das ist ja nicht wirklich spannend. Das heißt, ich sage jetzt schon mal gute Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder, wo wir dann hoffentlich die Sachen mit der Forschung machen können und weiter unsere Dailies und dergleichen. Die Sandwand selber... Mit dem Gold sieht es bei uns gerade nicht so gut aus und wir haben noch nicht wirklich viel ausgebaut. Ich weiß nicht, ob das so eine Priorität haben sollte. Aber schauen wir dann mal. Also bis denn. Die Sandwand Die Sandwand Die Sandwand